Hallo und damit herzlich Willkommen zurück zu einer erneuten Folge DTT. Heute noch dabei ist der Lieder Currywurst, Unholt, Gerrit, Jolkin, Friedratololla und Gigi. Ratet mal kurz Leute wann der Gigant aufgestanden ist. Nur mal kurz so. Genau fünf Minuten. Fünf Minuten vorher, ja. Wir haben 16 und 17. Nur mal, by the way. Hast du wieder schulfrei gehabt oder was? Hä? Der Gigant ist grad gestorben in der Lava. Geile Meff, Alter. Ja, die ist so gut. Ja schön dass ihr dabei seid Leute. Zu ne neuen. Ja. Uuuuh. It's so fucking new. Was machen wir denn hier Gerrit? Ich will das Ding haben. Macht so Spaß hier. Ich bin in Lava gespawnt. Ich bin in Lava gespawnt. Jawoll. Endlich mal ein Toten Detektiv. Was ist los? Hast du einen an der Wattel? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ja. Oh Gott. Wenn der Unholt schon anfing zu singen, heißt das wir sollten dich aufholen. Ja, ja. Was ist los? Ja, ja. Hä? Ich bin verletzt. Aua. Warte mal, bist du grad da runtergefallen? Ja. Bin ich. Komm mal. Gerrit ist aber auch runtergefallen. Gerrit ist auch runtergefallen. Ja, ist ja normal. Aber Gerrit ist ein Mann aus Stahl, Alter. Wenn der Unholt fällt, dann tut du nix. Er tut nicht weh. Okay. Hat immer lang gedauert jetzt. Kann man mit den Köpfen hier irgendwas machen? Kennt die Karte jemand vielleicht schon? Ja, die Köpfe kannst du benutzen, dann musst du in die einen Dinger da rein tun. Welche Dinger? Die da vorne stehen. Der Gigant war damals so Ferienlager. Du warst da mit der Fröte, ne? Oh na. Damals? Im Ferienlager? Habe ich mir ne Blockflöte in den Arsch gesteckt. Oh, Curry, Alter. Ja, man wird ja wohl mal erzählen dürfen hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist immer gestorben. Vor meinen Augen. Ja, der Gigant ist runtergefallen. Ich hab's auch gehört. Wo? Hier bei mir. Alter Junge. Ich hab's ja... Nee, der ist halt... Oh! Hä? Bruder! Du hast immer Lava jetzt auf einmal. Was? Ich... Ich bin hier jetzt gefangen in so einem Nebenraum. Ich komm hier nicht mehr raus, weil der nur Lava ist. Hä? Gigi ist wieder da. Ah, jetzt geht die Lava wieder runter. Lava ist wieder weg. Gigi, wo bist du denn runtergefallen, Mann? Boah! Ich hab'n Geheimraum gefunden. Was? Ich hab'n Geheimraum gefunden. Komm mal in die Mitte. Ich bin Detective, ne? So by the way. Ja, ja. Kommt mal alle in die Mitte. Oben? Geht mal hier durch. Geht mal hier durch. Geht mal durch das Blaue hier oben. Wo ich genau bin hier. Meinst du das hier? Ja, geh mal da rein. Ah! Dann ist doch einfach oben, oder nicht? Ich bin im Nähter, Alter. Ich bin im Nähter drin. Ja, ja. Let's go. Herzlich willkommen zu meinem Haus. Hä? Ich kann mich nicht mehr besiegen. Da wurde die Frau Hahn, Alter. Hölle. Kann mal jemand sich ein bisschen... Wollen wir uns ducken, oder so? Geht das? Ich kann gar nichts machen, Uni. Ihr müsst euch ducken und dann kommt ihr... GZS zu machen. Oh nein. Was macht ihr da? Ja, der Typ, der... Wir sind doch noch nicht im... Guck mal. Ja, ich seh's, ich seh's. Cool. Ich stell euch ne Frage, um wer zuerst beantwortet, der darf leben, ja? Ja, stimmt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, als Detective vor allem. Okay, Gigant ist... Wann ist... Wann hat Curry Geburtstag? Bald. Im Monat. Im Monat. Er hat... Im... April. Ja, natürlich im April. War richtig. So. Und schon ein Problem behoben. Hat er den gerade erschossen, Alter? Ja, hat er einfach drauf, Mann. Ja, gut, aber der war ja sowieso innocent. Aber warum hast du den dann erschossen? Der war doch innocent. Nein, nein, die hingen fest, die konnten nix machen. Ja. Alles klar, also... Ey, und heute, wenn du jetzt Traitor bist, ich schwör dir, ne? Ich hasse dich. Gerrit? Gerrit? Ja? Darf ich den Gigant wiederbeleben? Natürlich. Nein. Hä? Alter, ich hab... Das war eine allgemeine Frage. Moment. Ja, du hast doch einen Defibrillator, Alter. Was ist denn? Hä? Du bist doch Detective. Ja, ja, aber du hast... Nein, 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 nein. Curry und Gerrit sind Traitor, weil Curry hat den Gerrit gefragt, ob der den wiederbeleben darf. Hä? Ich hab euch alle gefragt, Dennis. Nein, 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 nein. Du hast ja Gerrit, darf ich ihn wiederbeleben? Ja, auf jeden Fall. Dann kill doch den Gerrit, damit... Na, dich kill ich. Ja, dann mach das. Bester Detective EU, Alter. Ich hab Jörg's gesehen, wie er eine Lockdown ausgesteckt hat. Aber ich bin's ja. Ich bin's ja. Oh Gott! Jörg's ist tot. Curry? Dennis? Alter! Lol. Curry? Hier gibt's ja noch mehr Räume. André? Ja? Ich hab grad einen Traitor erschossen. Äh, 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 was? Der Curry ist dann. Das glaub ich nicht. Doch, aber 100 Bro, du Sau! Nein. Wo bist du? Nein. Ich bin in der Hölle. Ich bin einfach in der Hölle, Alter. Du bist die Hölle. Du bist der Teufel, Junge. Boah, das find ich jetzt aber nicht so nett, dass du das sagst. Wo bist du denn? In der Hölle! Hölle! Ja komm mal raus da! Hölle, 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 Hölle. Hier ist mein Zuhause. Hier ist jetzt schön warm. Find's geil, dass die Portale wirklich funktionieren, ey. Ja, aber mich bringt das immer nur nach oben irgendwie. Ja, dann bist du natürlich ein Falschiger laufen. Aua! Curry, wir suchen dich jetzt. Ja, ich suche euch auch. Nicht. Hier liegt du, Lala. Geh weg! Hast du ihn gefunden, André? Ja. Wo, André? Boah, die passt aber gut zur Hölle. André? Curry, du bist so ein Arsch, Junge. Du bist so ein Arsch! Oh, der Teufel persönlich kam mir raus aus André gerade. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaub, der André war's. Ja, ach so. Mhm. Sag doch mal, wo du bist. Ich bin in der Hölle, ich sag's auch die ganze Zeit. Du bist gar nicht in der Hölle. Doch. So, lass uns treffen ganz oben, ja? Alles klar. Okay. Mit Fäusten? Ja. Ja. Ja, echt? Okay. Okay. Also, sollen wir wirklich Faustkampf machen, ja? Ja. Also, mit Crowbar. Ja. Gerrit, ey. Mann, ich dachte, du bist mal ein Ehrenmann, so, ne? Ja, wenn du oben bist. Ja, ja, komm. Hau ab, ey. Hau ab. Du bist so eine Sau, Junge. Ohne Scheiße, ey. Bin ich richtig unfair, was du gerade machst. Was ich mache? Du bringst die Leute hier oben und, und, und. Das ist halt meine, meine Aufgabe, Mann. Hey, jetzt aber bist du, bist du. Hast du wieder zu viel Militzengeist getrunken oder was? Das hat, ey. Ich wusste, dass Curry-Traitor ist, Alter. Dieser alte, Mann. Ich bin es halt echt immer Bescheid weiß. Ich hatte einen Joiksen, aber du hast... Joiksen, du hast im richtigen Moment zugeschlagen, ey. Denn der Star Street dazu beigetragen, ne? Den Innocent abzuknälen, sehr gut. Ich wusste, ich hab ja den... Der Unabwehr runtergegangen hat und hab gedacht, Saves kriegt das keiner mit. Scheiße, ey. Was hast du gegant? Ich stand direkt hinter dir, aber gut. Amana. Amana, 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 Leute. Amina Koyim. What the fuck? What? What the fuck? Amina Ziggos, was hier los? Also ich hau jetzt mal ab, ne? Ich find die Karte richtig schön, oder? Ja. Ich find dich auch sehr schön. Ich bin Detective. Und hier ist der Joichsen. Wer ist Detective? Alter Gerrit, alles klar, wir haben alle verloren. So, pass mal auf. Nein! Okay, Joichsen. Okay, Dennis war's. Ich glaub der Dennis hat den gerade. Wo ist der Dennis? Irgendeiner hat die Trailerfalle unten in dem Tempel da aktiviert. Dann war das Joichsen. Ich steh doch beide die ganze Zeit. Das heißt gar nix. Och André, komm. Wie, ich hab gesagt, da bist du. Mehr hab ich doch nicht gesagt. Ja, du hast es aber mit so einem Unterton gesagt, André. Das war nicht nett. Sind die jetzt beide da gestorben? Warte, hier sind zwei Leichen. Ja, die sind beide da gestorben. Äh, Gerrit. Ja? Ich glaube, wir haben es mit einem richtig blöden Fall zu tun, Gerrit. Weil, ich glaube, wir werden gleich beide sterben. Wo sind die zwei? Die sind im Wasser. Und die sind tot. André Lasset. Soll ich die überprüfen gehen? Was soll denn hier mit André Lasset? Ja, mach mal. Geh mal überprüfen. Du brauchst mir gar nicht so hinterher rennen die ganze Zeit. Scheiße. Nein, der ist nicht tot. Der ist nicht tot jetzt. André. Ja, ich lebe. Ja, das hat aber lang gedauert. Ja. Warum bist du denn so aggressiv? Hier ist der Joixen. Der steht genau bei mir. Kann man bitte die beiden Leichen da kontrollieren, bitte? Wo sind die denn? Ich seh die gar nicht. Im Wasser, in der Mitte. Ah, okay. Gigant war Traitor. LOL. LOL. Okay. Okay. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, Gerrit und ich werden euch ausgeliefert. Aber gut. Dann haben wir jetzt nur noch einen Traitor. Okay, Gerrit. Wir haben einen Traitor. Entweder der Joixen, ich oder der... Wie hieß er? André. Wie heißt der? Ja, ich war gerade ein bisschen verunsichert. Wer ist denn... Okay, Gerrit ist... Gerrit ist es nicht. Schieß mal mit der Pistole. Danke. Gigant war Traitor. Ja, ja, genau. Eigentlich kannst du den Dennis wiederbeleben, wobei... Wo liegt der denn? Ja, der ist mitten im Wasser. Aber wirklich aufpassen, weil, wie gesagt, die Map ist sehr klein und man kann nicht dabei leicht killen. Hm. Ich... Was? Du hast doch gerade hundertprozentig was gekauft, oder nicht? Bist du doof im Kopf? Ich habe hier... Ich habe gerade... Okay. Sorry, tut mir leid. Du kannst... Ich habe hier. Du kannst... Du hast mich auf einen HP runtergeschossen, aber sonst ist gut, ne? Kannst du... Gerrit, du hast... Im Traitor-Shop hast du eine HP-Mikrowelle. Damit kannst du heilen. Ich habe schon was anderes gekauft gehabt. Oh nein. Was ein Detektiv. Der habe ich das falsche gekauft. Ich habe mir das mit dem Herzen da geholt. Defibrillator. Ja, ist doch gut. Schieß mal mit der Pistole. Danke. Aber wie geht das denn? Echt nicht. Also das wird natürlich jetzt interessant... Der Defi ist das, ne? Genau. Aber wie mache ich das denn? Was war das? Was war das? Was war das? What the fuck? Was war das gerade? Was war das gerade? Ich habe es gehört. Das Licht ist ja ausgegangen. Ich habe es gerade gehört. Da war gerade irgendwas... Da habe ich keine Lust drauf. Ich kann mich auf sowas nicht einlassen. Keine Ahnung, wie das geht. Ja. Du musst eigentlich... Du nimmst das Ding in die Hand und dann kannst du es einfach machen. Ne, dann kommt der ganz normal nur hier, dass der innocent ist und so. Ne, du musst es klicken. Hast du den Defibrillator in der Hand, dann kannst du eine linke Maustaste drücken. Ja. Achso. Ja. Ey, manchmal macht ihr so komische Bewegungen, ne? Ohne Witz, ne? Ne, eben nicht. Oh, danke Gerrit. Stehst halt hinterm Baum und bewegst dich einfach gar nicht so. Ey. Ja, Gerrit. Der Gerrit hätte fast den Gigant wieder belähten. Ich saß die ganze Zeit, oh nicht Gerrit, nicht. Der Gigant ist der dümmste Traitor aller Zeiten. Ich glaube, der Joyksen hätte sich gefreut. Ich glaube, der Joyksen hätte... Ich weiß es nicht, aber... Also erst war der André sehr verdächtig, weil er rumstand und dann habe ich ihn abgeballert. Das war mein Fehler, das war zu früh. Aber, ähm, der Joyksen stand gerade auch hinterm Baum. So ganz, ganz easy peasy, ganz gechillt. Keine Verschnauzpause gegönnt hier, ey. Ja, aber was machst du denn in der Zeit? Ich umarbe. Ja, ich lebe noch. Aber ich versuch gerade irgendwie an HP zu kommen. Ich hab ein HP. Ja, Gerrit, kannst du dir gar nichts... Kannst du gar nichts mehr kaufen, Gerrit? Fuck, ey. Jörgsi, dir rennt die Zeit davon, wa? Ja, immer. Mein ganzes Leben lang schon. Wenn ich jetzt tot bin, hat mich der Diegelmaster gekillt, der Jörgsi. Ich glaube auch, dass der Joyksen es ist vielleicht. Oh Mann, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade auch unsicher. Immer dieser Anschuld. Wie soll ich das jetzt tun? Also das Ding ist, der André, der hat halt jetzt wenig HP. Aber Gerrit. Hau ab. Der ist halt wirklich ein... Hä, dann mach mich. Ich bin doch Innocent. Nein, 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 nein. Eben nicht. Ich will dich gar nicht töten, André. Gerrit, ich bin Innocent. Du hast mich doch wieder belehnt. Du bist ja Joyksen. Doch. Wenn dir Papa Gerrit was tust, dann töte ich dich Joyksen, ne? Richtig. Ich tu Papa Gerrit auch nix. Papa Gerrit. Alter, krass, dass der Defibrillator so teuer ist, ey. Aber gut, ist auch verständlich, ne? Alter, guck mal, der Curry wieder labert ohne Hände, ne? Ey, was ist denn jetzt? Wenn der Traitor wär, dann... Was? Da ist gerade... Ist runtergefallen, ich war da live bei. Ja. Ja, du hast das live gesteuert, Joyksen. Wer ist runtergefallen? Kevin. Der Curry. Ich bin doch direkt vor euch. Hier, call Detective. Also Unhold, Gerrit oder der Joyksen. Ich bin Detective und Vogel. Hä? Wie gesagt, der Unhold oder der Joyksen. Bist du der Joyksen? Ach so. Du hast gesagt auch Gerrit, Mann. Richtig. Oh, du bleibst Gerrit. Okay. Einer ist immer der Loser. Der Gerrit. Gerrit ist ein Loser. Woah! Unhold! Jawoll. Was? Boah, Unhold. André, André, André. Warst du an dem... Ja, nee, warte mal. Warum ich gerade auch so pissig war, Kevin. Komplett traurig einfach nur. Weil Gigant einfach so ne Misset ist. Nein, nein, nein. Wie kann man nur so zurückgeblieben sein? Leute, er schreibt mir direkt bei Steam so... Oh, du bist so dumm, ich schwöre so Hunger. Hä? Hä? Ganz kurz. André, warst du gerade an der Wand, da warst du da im Trader Shop? Oh mein Gott. Ja. Okay, dann hab ich nicht umsonst geschossen. Alles gut. Komm, ist doch gut. Wir nehmen ja von der Aufnahme. Moment. Ganz kurz. Mach mal ein schlechte Zeichen. Hallo, ich muss. Hallo, ich muss. Warum? Gute Zeit hier. Versteh ich nicht. Eulig, ist denn jetzt ja auch gestorben. Das war's wert. Das versteh ich nicht. Ich bin in Deck Dave, so und ich könnte dich alle sicher fühlen bei mir in der Nähe. Alles klar, Alter. Ich bin so hier geil. Komm und selber. Ich wusste nicht, dass du da warst. Komm, komm. Bitte komm. Alter, ich bin safe Traitor. Wer will getötet werden? Hey. Okay. Dann ist du gekillt. Komm her. Das wäre so geil, wenn der jetzt wirklich gekillt wird. Der hat mich eben auch umgebracht. Rdm mach Rdm. Mach Rdm. Schild, Schild, Schild! Schild, Alter. Das ist ein gigantische Rdm-Master, so heißt der auch. Bei Knudels, Alter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der Gegner ist weig. Hast du den jetzt wirklich gekillt oder was? Ja, das ist wieder verdächtig. Hat gerade jemand auf mich geschossen. Ja, warum denn, du Arschmade? Du Arschmade. Nein, du mich. Oder das Schlagen von Gerrit. Du bist so ein random. Geht mal auf den ganzen Kanal. Hier ist Lava in der Mitte. Lava incoming. Der ganze Boden ist Lava. Da ist jemand gestorben. Da schießt er auf mich. Da schießt er auf mich. Was ist hier passiert? Warte mal, irgendeiner ist tot. André? Ich stehe vor dir. Schießt mich die ganze Zeit ab. Unhold? Ey, was ist hier los? Warum bist du über Blut? Ja, Alter, selber schuld. Wow. Ja, der schießt mich auf 6 HP runter. Wo ist der jetzt? Ja, der liegt. Da gab es schon welche mit 1 HP und dann haben wir durchgezogen. Ja. Gigant. Der war auch Traitor, ne? Ich muss offensichtlich sagen, ich finde sie gerade scheiße. Hä? Moment. Warum hast du den Unhold denn jetzt getötet? Ja, weil der mich auf 6 HP runtergeschossen hat. Und danach sich hier so versteckt. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Weil er getriggert ist noch von einer Verhältnis. Kann ich wiederbeleben, Leute. Ich habe andere Prioritäten gesetzt gerade. Ja, blöd gelaufen, ne? Gigant. Gigi D'Agostino, was soll ich denn da dir? Ja, ich hab das schon 7 mal jetzt erklärt, was los ist. Gigant. 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 Jörgsen. Ah. Warum will der jetzt die Leiche weg tun? Wegwerfen. Der ist mir suspekt, der Herr. Der ist mega suspekt, ne? Ja, wir können gerne die Golden Gun ausprobieren, wenn der bald. Ja, klar. Sicher. Ja? Ja, dann komm. Hast du die Jörgsen vorsichtig? Ja, ich hab die tatsächlich. Ja, okay. Aber du weißt schon, dass dein Leben dann weg ist, ne? Also, der hat den Unhold einfach gekillt. Das ist unfassbar, ne? Ja, weil er nicht einfach. Ich habe schon hier 20 mal erklärt inzwischen. Leute, alle, die zuhören gerade. Ich werde mich jetzt opfern. Das ist dumm, ne? Das ist wirklich dumm. Ich mein's ernst. Weil du bist Detective, Mann. Und zwar, wenn ich den Twitter Trulala jetzt testen. Hä? Was? Wieso ich? Das sag ich ganz einfach. Boah, der hat den ab. Loll. Curry? Hilfe. Curry. Ich bin hier irgendwie eingesperrt worden vorhin. Ich bin ganz oben, Curry. Ja, ich bin unten im Tunnel. Ich habe niemanden getötet. Ich bin hier in der Kammer gerät. Ne, das ist hier, äh, Dudeldu. Kann irgendjemand mich befreien, wer auch immer noch lebt gerade? Bitte. Das ist im Schloss. Den Keller runter. Alter, ich hab Angst. Dennis? Gigant? Oh, Dennis. Okay, keiner will mir helfen. Gerrit, ich könnte dir helfen, Gerrit. Ich bin halt hier eingeschlossen. Ich weiß nicht. Ja, ich komm mir auch nicht weg. Ich hänge fest. Hilfe. Ich habe so eine Angst. Hier unten. Aua. Trittatrolola ist ganz oben. Ja, dann... Ich kann halt nix machen. Ich bin halt einfach hier fest. Oh, Leute. Scheiße, wa? Hehehe. 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 Oh, Fuck Kröten! Schildi! Hehehehe! Hehehehe! Boah, ich wusste ja so safe auf den Bühnen, ne? Das ist eine Scheiße. Mit Anziehung, Alter. Wir sind beide einfach super. Tschööö